Ein herzliches Willkommen zurück zu Rollergroßer Tycoon, wo wir uns ja in den Evergreen Gardens noch immer befinden und in der letzten Episode haben wir ja hier den römischen Bereich ein bisschen erweitert mit unserer Galerie und dem Chuggernaut, der Katapultireme, sowie dem Cäsars Chariot. Dadurch haben wir, wie gesagt, diesen kleinen Loop hier geschlossen und deswegen habe ich ja dann letztes Mal noch gesagt gehabt, wir wollten in die andere Richtung expandieren. Da habe ich schon ein bisschen was offline kurz vorbereitet. Jetzt seht ihr schon so, oh, was denn da passiert? Ja, ich habe mir mal angezeigt, wir haben ja die Rapids bekommen. Hier diese, na, na, ja, die Stromschnellen heißen sie. Ich bin immer noch in den englischen Bezeichnungen, sorry dafür. Ähm, und ich hätte mir überlegt gehabt, dass wir die hier reinmachen. Ich hatte ja auch erst hier drüben noch überlegt gehabt zu bauen, aber wir haben ja noch die Monorail-Station, die ja durch den Park laufen soll. Und da soll ja irgendwann noch eine zweite Station, bildet sich halt hier an. Und, oder hier. So, und dann habe ich so geschwankt, wohin, wie, wo, was. Dann habe ich mir überlegt, nee, komm, lass die Monorail hier eher an der Seite entlangt bauen, die Station und dann runter in den Hauptweg. Und wir bauen uns hier den Rapids Ride rein, weil ich wollte tatsächlich, so wie hier auch mit der Schwanbootsfahrt, den See ein bisschen mit einbeziehen. Sonst sieht der See so nackig, so nackig aus. Und deswegen habe ich mal so ein bisschen rumgespielt, wo könnte ich wie rumlaufen. Wir werden den, äh, die Stromschnellen relativ weit nach unten in den Boden reinsetzen, nämlich auf diesem Wasserniveau. Und dann haben wir hier eine Brücke. Hier müssen wir ein bisschen Terraforming betreiben. Aber ansonsten hier viel Terraforming deswegen, weil wir den in den Boden integrieren wollen. Und, ja, dann habe ich hier noch ein bisschen was an Szenerie gelöscht. Hier waren die Bäumchen noch im Weg. Hier überlege ich mir, irgendwas reinzubauen. Specs hier vorne, hier hinten ist ja noch dieses, dieses ganzen Dekobäumchen, dass wir das hier, mitsamt den Brunnen, die ich mittlerweile auch schon gelöscht habe, vielleicht hier irgendwie reinbauen. Also diese Art, was hier war und das da irgendwie zusammenführen und hier eine Art Dekobereich noch einfach machen, damit es einfach schön aussieht. Und dann haben wir hier einen langen Bereich von Loop, den wir heute erschließen wollen, werden. Wir haben auch noch, ich habe in den zwei, drei Tagen, wo ich da offline vorbereitet habe, ähm, ist uns der Topspin so geflogen. Das ist natürlich super. Den werden wir auch noch setzen. Ich weiß nicht, ob wir den hier hinten oder sowas machen, weiß ich nicht. Und wir haben natürlich das, ähm, Riesenrad. Das habe ich überlegt gehabt noch, vor der Folge. Vielleicht bauen wir es hier irgendwie rein. Hm, weiß ich, ob es reinpasst. Vielleicht auf so ein Plateau gesetzt. Sieht immer schick aus, wenn man so eine Aktion so ein bisschen höher setzt. Mal gucken, vielleicht kann man das machen. Vielleicht fangen wir auch mit dem direkt an. Mit dem Riesenrad. Riesenrad. Äh, warum war das da? Wir lassen mal weiterlaufen. Und dann hätte ich gesagt, wir bauen hier hoch. Eins, zwei, drei, vier. Dann müssen wir aber hier auch nochmal einmal hochgehen, oder? Wartet mal. Oder gehen wir hier weiter mal? Geht das so auch? Ah, so wird es auch gehen. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Geld ausgegeben. Naja, kann passieren. Dann müssen wir wieder zurückbauen. Ups, das wollte ich auch nicht. Ei. Ja, wenn David genau weiß, wo du hier ansetzen musst, hast du ein Problem. So, ich wollte... So, wollte ich es machen. Hier ist das Scharrett ausgefallen. Den haben wir doch in der letzten Folge erst gebaut. Und jetzt ist das schon ausgefallen. Oh, was eine Attraktion. Alter, geht ja gar nicht. So, Riesenrad. Ist hier drauf. Und Rosenkarussell. Auch mal wieder ausgefallen. Das fällt so häufig aus. Das ist unglaublich. Unglaublich. So, Ausgang hier. Eingang da. Kurze Pause mal wieder. Wir nehmen natürlich hier unseren typisch klassischen Stil an von Abstrakt. Okay, da haben wir natürlich jetzt die Problematisch, wenn ich das jetzt in diesem schönen Chartreux mache. Haben wir hier so grün. Stört uns das eigentlich? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn wir das jetzt gelb machen. So, gelb und orange. Oh ja, sieht doch ganz schick aus. Sommerstil können wir lassen. Hier machen wir nur eine Umdrehung. Welche Drehung ist eigentlich Bumswurst egal? Hätte ich gesagt. Dann machen wir natürlich hier unseren Fußweg. Halt, ich muss hier wieder umstellen. Das musste immer wieder neu umstellen. So, da muss ich den Zaun löschen, sonst funktioniert es nicht. Und dann müssen wir natürlich hier unseren Wartebereich auch machen. Ich mache den auch nur auf diese 15, 15 Leute. Das ist eigentlich schon fast zu viel, weil wie gesagt, das Riesenrad ist sowas von, ja, grottig. Muss man leider sagen. Deswegen wird sich umsonst als Shitty Wheel benannt. Ist nun einfach mal so. Denk mal, wir haben schon die Werte. Jawohl. Kann man gleich aufmachen. So, wir nennen es auch einfach mal das, ähm, Riesenrad oder was nennen man denn das? Können wir das nennen? Ach komm, wir nennen es einfach mal so. Warte mal. Sonnenrad. Das sind dann wie so die Sonnenstrahlen. Vielleicht könnte man, warte mal, dann könnte man das Orange vielleicht in Hellgelb noch machen. Und das hier eher in Dunkelgelb. Nee, hm. Nee, Pastellorange. Nee. Ähm, doch das eher innen, muss jetzt gelb sein. Machen wir hier Pastellorange außen vielleicht. Ja, warum denn nicht? Ist okay. Ist okay, hätte ich gesagt. So. Und dann machen wir auf jeden Fall natürlich Warteschlangen-TVs wieder hin. Ist ja klar, so. Und wir machen Blümelein drumherum. Äh, Blümelein seid schon toll, ne? Ihr wisst ja, Zaun. Zaunbaumeister. Lukatis ist ausgefallen. Ja, der ist letzte Woche erst ausgefallen. Äh, letzte Woche sei schon. Letzte Folge erst ausgefallen. Fällt einfach mal wieder aus. Warum auch nicht? Ist ja, kommt ja so selten vor, dass er ausfällt. Von daher gar kein Problem. Wir müssen natürlich hier unseren Parkpfleger, den lasst mal aber. Weil wir machen hier einen eigenen Parkpfleger, hätte ich gesagt. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon einmal das Riesenrad gesetzt. Ich hätte dann überlegt, ob wir nicht dann sogar irgendwo hinten nochmal eine Toilette uns hinbauen. Weil hier haben wir keine. Die nächste Toilette ist hier vier. Ja, warum nicht direkt hier in die Ecke gesetzt, eine Toilette. Einfach nur Sicherheitshalber. Dazu müssen wir natürlich dann, denke ich mal, den Zaun nochmal löschen. So, nächste Toilette. Vielleicht kriegen wir ja noch den Preis für die besten, oder ja doch, für die besten sanitären Anlagen. Oh, die ersten gehen auf das Riesenrad. Ja, schön für euch. Freut euch. So, jetzt müssen wir Geld ausgeben. Ich habe ein bisschen was an Lohn zurückgezahlt, nicht wundern. Deswegen habe ich so wenig Geld nur noch in der Tasche. So wenig Money in the Bag. So, dann so. Ich hätte gesagt, wir gehen einfach direkt hier durch, tatsächlich. So, und jetzt, da ist es halt ärgerlich, weil wir müssen hier ins Wasser, sage ich mal, reinbauen. Und im Endeffekt gehen wir jetzt hier was bei 40 Euro aus, nur weil wir einmal Wasser aufschütten und wieder runtergehen. Aber es geht nicht anders und es muss gemacht werden, weil, wie gesagt, ich möchte den, die Stromschnellen auch ein bisschen durch das richtige Wasser laufen lassen. Ich finde, das sieht einfach schön aus. Und deswegen mache ich das auch. So. Ich hatte mir schon überlegt gehabt, wie ich ungefähr vielleicht bauen könnte. Denn man hat ja so die einen oder anderen Special-Teile, Attraktionen, Special-Teile für das, ähm, für die Stromschnellen. Und einmal 1, 2. 1, 2 müsste reichen. So, da. 1, 2. Ich hoffe, dass das alles passt. Und dann geht es aber hier eigentlich irgendwann wieder hoch. Ich glaube, wir müssten das so haben. Weil die Station ist sozusagen auf dem normalen Niveau, ja. Und es geht von der Station sozusagen direkt erstmal ein bisschen runter. Und dann geht es ein bisschen links, rechts, hin und her. Und hier gegen Ende geht es auch wieder in die Station hoch. So wie man es eigentlich von diesen stromschnellen, äh, Tracks eigentlich kennt. Und so will ich das auch halt ungefähr versuchen zu bauen. Ganz realistisch kannst du das eh nicht bauen. Gibt ja auch Stromschnellen, die haben im Endeffekt so einen richtigen Runden der Rundestation. Kann man natürlich mit, mit, äh, Cheats und mit, äh, Hacks und so weiter, kriegt man das natürlich ohne weiteres hin. Will ich aber in den Original, äh, Sinaus, möchte ich jetzt nicht mit, äh, Cheats und mit, mit Hacks da, äh, anfangen. So, dann gehen wir mal hier hin. Zack. So, eigener Entwurf. Und dann, jetzt muss ich überlegen, welche Richtung müssen wir machen. Da, die Richtung müssen wir machen. So. Lalalala, die abstrakte Eingang passt natürlich nicht, ist klar, kommt danach weg. So, dann gehen wir erstmal hier runter. So, und so. Ich habe es auch ein bisschen nahe dem Fußweg dann später gelassen. Einfach nur, damit da ein bisschen die Fußgänger auch reingucken können. Finde ich immer auch ganz witzig. Wartet mal, wir machen erstmal Stromschnellen. So. Wären die erstmal durchgestellte Gäste. Dann ein Fotobereich. Und weiter mit den Stromschnellen. Dann um die Kurve rum. Dann machen wir hier einen Whirlpool. Damit sie sich auch noch ein bisschen drehen, kurz vor der Kurve. So. Dann hier geht es normal runter. Und rüber. Jetzt muss ich glaube ich schon mal jetzt runter, weil ich möchte hier den Fußweg sozusagen durch, ähm, als Brücke sozusagen bauen. Ich möchte aber den Fußweg nicht extra ändern dafür. Oh, das heißt so, genau. Dann machen wir unter der Brücke machen wir auch nochmal einen Stromschnellen. Da. Dann geht es hier gemütlich raus. Ich möchte das auch hier ohne irgendwelche Special Elemente machen, weil das sonst in dem Wasser komisch aussieht. Finde ich. So, dolla. Und so, und so, und so, und so. Und hier. Aber hier könnten wir theoretisch dann nochmal Stromschnellen machen. Und jetzt könnten wir, deswegen hatte ich die Idee, das an der Seite hier hinten entlang laufen zu lassen, so Wasserfälle setzen. So, dann können wir natürlich hier nichts anderes machen. Dann machen wir hier wieder Stromschnellen. Und dann hier wieder die Wasserfälle. Ja, so. Dann müssen wir die Kurve nehmen. Zack. So. Und jetzt sollte man natürlich wieder hochkommen. Was ich jetzt halt hier falsch gemacht habe. Ja, tatsächlich. So. Weil es, wenn es nach oben geht, hast du immer diese Gummiewalzen. Die will ich natürlich immer ungern drin haben. Ich hätte die eigentlich gerne am Ende komplett gehabt, aber ich muss halt hier schon hochgehen, sonst bin ich nicht hier eben, sonst sind die zu weit im Gelände drin. Das sieht ja auch doof aus. So, dann machen wir nochmal einen Whirlpool. Die sollen sich ja nochmal ein bisschen drehen. So, komm. So, drehen. Dann nochmal Stromschnellen. Ich glaube, es reicht, wenn man jeweils ein Element von diesen Dingern mal gesetzt hat. Für gute Werte. Ich glaube, der Rest macht wieder, glaube ich, die Länge aus. So. Und. Angedotzt. Schön. So. Jetzt brauchen wir Ein- und Ausgang. Da habe ich es mir dann von meinem Plan her schon leicht gemacht, weil ich mir überlegt habe, wir lassen den Ausgang einfach direkt hier an den Hauptweg, der hier entlang geht, durch den Wald rauslaufen. Ganz schick und schlicht. Den Eingang machen wir hier entlang. Wir könnten natürlich hier so eine Brücke bauen, dass man über eine Brücke auch nochmal hier reingeht. Oder wir gehen hier einfach entlang und dotzen hier vorne irgendwo an. Das ist vielleicht die bessere Wahl, weil hier ist der Eingang fürs Riesenrad. Und dann können die Leute hier weitergehen, weitergehen, weitergehen. Vielleicht machen wir hier auch nochmal eine Toilette irgendwo hin. Und was auch zum Essen, auf jeden Fall. Und dann gehen wir hier irgendwo raus. Wäre eine Idee. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ein Boot ist vielleicht ein bisschen wenig. Das können wir, wie viele Boote können wir, okay, das sind viele Boote. Oh nein, das ist zu viel. Das ist wieder zu viel. Ihr wisst ja, ich will das ein bisschen realistisch halten. Wir haben jetzt, wie viele Boote? Boote 13, 12, 11, 10. Ich hätte gesagt, 10 oder 11 Boote. Wenn ein Boot hier, da genau hier noch so an diesen Gummivalzen hängt, finde ich, ist es noch akzeptabel. Aber hier im Wasser hätte es ja gar keine Möglichkeit mehr eigentlich hochzukommen. Deswegen lassen wir es dann so. Wichtig ist, wir machen natürlich hier erstmal abstrakt weg und machen Blockhütte. Ich denke mal, das ist das einzigste Realistische, was hier reinpasst. Wenn ich jetzt hier die Bäume wieder aktiviere oder Blockhütte, sieht doch am schicksten aus. So, so Timber. So, dann müssen wir natürlich das Weiß wegmachen. Das Weiß muss weg. Dann machen wir braun und auch das können wir braun lassen. Sieht aber jetzt hier im Wasser natürlich bad aus. Das heißt, wir müssen ein zweites Farbschema da machen, wo wir unser schickes dunkles Wasser wieder benutzen, um sozusagen, ja ich sag mal, alibimäßig hier irgendwie es ein bisschen ins Wasser integrieren. So, hier nicht mehr, weil das ist ja der See. Na, ist klar. Du hast halt hier diese Ecken. Diese Ecken kannst du nicht irgendwie, ähm, covern. Das geht nicht. Man könnte theoretischerweise hier mit dieser Eisstruktur arbeiten. Äh, gefällt mir aber nicht. Ähm, ich werde mal was machen, wo man was im Original natürlich nicht machen könnte. Denn man kann hier, nö, wo ist das denn? Hier die Konstruktionsüberschneidung erlauben. Das ist eigentlich Zero Clearance, das hieß es in den Original-Hacks. Und es passt mal auf, was passiert, wenn ich das, ähm, aktiviere. Achtung. Äh, halt. Ich muss das mit dem Wasser natürlich machen, sonst habe ich ein Problem. Ich bin ja deppert. Achtung. Und, zack. Ihr seht schon, ich kann sozusagen das Wasser anheben. Und im Endeffekt verschmilzt der Track und das Wasser zusammen. So, das ist natürlich im Original nicht möglich. Und ich mache es auch wieder aus, weil damit kannst du natürlich, sag ich mal, 20.000, ja, sag ich doch nicht, aber mehrere Wände ineinander setzen, die auf dieselbe Position einnehmen. Und kannst damit natürlich auch schönere Gebäude, sag ich mal, basteln. Ich möchte es aber nur einfach machen, dass es hier ein bisschen unsichtbarer, sag ich mal, wird. Ja. Wenn ich jetzt dieses Stromstein gesetzt hätte, würde man das immer noch so ein bisschen sehen. Und das sieht doof aus. Deswegen habe ich das jetzt gelassen. Das weiß ich natürlich nicht. Doch, ich kann auch hier das Eis, also diesen Schnee, Untergrund mache ich wieder weg. Damit es einfach wieder normal aussieht. So, oderle? Ja. Und jetzt ist es halt mit dem See ein bisschen verschmolzt. Ich finde, das sieht besser auf jeden Fall aus. Wie gesagt, im Original ist das nicht möglich. Es hat auch keinen Einfluss auf die Werte oder in irgendeiner Weise. Ja. Aber ich dachte mir, okay, normale andere Cheats oder sowas, die natürlich jetzt Geld bringen oder sowas, sind natürlich Kappes. Auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen viel ausgegeben haben. Aber, nee, das natürlich nicht. Aber ich finde, diese Art von Cheat jetzt in diesem Falle, finde ich, erlaube ich mir. Ja, ich nenne mal es einfach mal so. Ich erlaube es mir. Ich hoffe, es ist auch für euch okay. Und es macht halt ästhetisch, macht es auf jeden Fall weit mehr aus, wenn du diese komischen Wasserlücken gerade in den Ecken nicht mehr da hast. Ja. So. Und was ich noch mich zu erinnern weiß, ist, dass du tatsächlich in diese Ecken, weil hier kannst du die Ecken covern, tatsächlich, glaube ich noch. Und zwar mit Viertelszenerie. Okay, die müsste theoretisch, ihr seht ihr, die passt hier genau in dieses eine Feld rein. Das kannst du natürlich jetzt hier wieder nicht so richtig platzieren, weil du nicht optisch reingucken kannst. Aber, ihr seht schon, jetzt kann ich hier die Bäume genau dort platzieren, wo diese Kurve ist. Das ist natürlich ein immenser Vorteil, weil das dann echt nochmal so ein bisschen was, ihr seht ja schon selber, ein bisschen zu macht. Finde ich eine tolle Sache. Wie gesagt, mit Zero Clearance, aber mit diesem Heck könnte man natürlich jetzt auch sagen, man macht hier diese Nadelbaumhecke hier an die Seite rein. Das könnte aber wieder zu Glitches führen, das sieht scheiße aus. Will ich nicht riskieren. Das da ist völlig normal und legal, dass es hier sich rein verbauen lässt. Hier seht ihr schon. So, zack. Wie gesagt, dann sind hier die Ecken von unseren Kurven. Ah, hier glitscht es. Ah, seht ihr? Hier, seht ihr? Da glitscht es. So, mit dem Finger am Monitor anzeigen. Ist ja geil. Ja, als würdet ihr meinen Finger am Monitor anzeigen. Geil. So, und dadurch ist das hier so ein bisschen schon gecovert. Jetzt müssen wir natürlich auch noch erstmal gucken. Wir haben jetzt, wie viele haben wir jetzt? Elf Boote. Testen wir natürlich mal. Wir müssen natürlich schauen auf beliebig. Wartezeit zehn Sekunden. Würde ich jetzt einfach mal offiziell erstmal so lassen. Wir müssen eh ausrennen. Wasserstil würde ich tatsächlich so machen. Oder machen wir irgendwas anderes. Oder machen wir hier Dschungeltrommeln oder sowas. Ja, aber Dschungel haben wir nicht, ne? Ne, wir machen Wasserstil. Ganz gemächlich Wasserstil. Dann kann das erstmal laufen. Währenddessen wir natürlich hier hinten ohne Probleme den Weg erstmal hier andotzen. Dann müssen wir natürlich hier den Weg rüberziehen. Moment, dazu muss ich natürlich erstmal hier rüber. So, lalalalalalalala bis da hinten hin. Ab da geht der normale Weg wieder weiter. So. Und dann ziehe ich natürlich den letzten Fußweg. Setze ich natürlich erst, wenn wir hier alles schon vorbereitet haben. Das ist klar. Sicher ist sicher. So. Hier könnt ihr auch nämlich jetzt auch einfach nur eine normale kleine Brücke bauen. Könnt ihr die natürlich jetzt aus Holz auch bauen. Aber ich finde, das bietet sich tatsächlich so noch an, so zu machen. Kannst du auch noch hier ins Wasser reingucken. Finde ich doch eine tolle Sache in die Wasserfälle. Jetzt normalerweise hier wahrscheinlich so Pistolen kennt man aus so Vergütungsparks. Dann hast du hier so eine Wasserpistole. Dann kannst du die Leute während sie da unten entlang schüppern Wasser nass spritzen. Wäre auch hier eine Möglichkeit. Könnte man sogar, was heißt, faken. Indem wir einfach diese Springbrunnen setzen. Damit könnte man das tatsächlich so ein bisschen darstellen vielleicht. So, dann machen wir hier noch den Fußweg. Natürlich werden wieder einige Bäume den Holzfäller arbeiten zum Opferfall. Werden wir natürlich wieder ein bisschen aufforsten später. Ganz klare Sache. Hier setze ich auch mal so die Nadelhecke. Damit das so ein bisschen hier eingebaut ist. Dieses Actionfotobereich. Sieht immer so komisch aus sonst. Für die Station überlege ich mir mal, das hier zu platzieren. Weil ich finde, dieses Holzmuster eigentlich ganz schick. Und das möchte ich eigentlich nicht... Ah, da glitscht es. Okay, das ist doof. Können wir nicht setzen. Machen wir es aber trotzdem hier. So. So. Wollen wir es aber setzen, Kollege. Hier, glaube ich, ist noch ein Stationsteil, oder? So. Ich weiß es gar nicht. Wo ich überall... Ach, da habe ich schon gesetzt. Hier haben wir noch nichts. So. Genau. Wunderprächtig. Dann können wir jetzt den Eingang bauen von der Station. Ich würde da sogar sagen, wir gehen auf diesen etwas dünneren Weg. So. Hier entlang. Da entlang. Dort. Dort. Hier entlang. Da. An den Stromschnellen. Vorbei. Jo. 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 Wo ich eine lange Queue-Line... Das sind jetzt 8 Leute, die mitfahren können. 11 mal 8. Das sind 88 Leute, die fahren können. Also da ist... Gut. Da geht gut was voran. Deswegen müssen wir da schon eine längere Queue-Line setzen. Binde ich. Ist durchaus passend. Jetzt überlege ich gerade, wäre die vielleicht besser gewesen. Moment. Ich weiß. Ah, das Weiß ist halt eine Sache. Hm. Jo. Ich meine, wir haben ja das Geld, weiße. Ich kann es ja gleich wieder rausschmeißen. So. Doch, das sieht ein bisschen besser aus. Mir überlege ich gerade, soll man das dann auch irgendwie mit sowas mit Hecken zumachen oder so. Den Weg da rein. Ich weiß es noch nicht. Oder haben wir hier noch was Besseres? Ah, so heute... Ne, das ist auch... Ne, da haben wir eigentlich nichts. Um das schön zu machen. Erstmal. Wir könnten natürlich aber diese Hecken auf jeden Fall hier platzieren. So. Dann ist das gecovered. Und wir könnten natürlich auch den Berg als Berg machen, damit das ein bisschen... Oh, das kostet natürlich mit 12 Euro ist das natürlich eine etwas teurere Angelegenheit. Aber dann finde ich, ist dieser eine Hügel am Anfang, wo wir den römischen Bereich gebaut haben, nicht so ganz alleine. Weil der ist der einzigste Hügel bei uns, der dieses Steinmuster drin hat. Das sieht so verloren aus. Warum ist ein Hügel in diesem ganzen Evergreen Gardens so ein massiver Steinbrocken? Und der Rest der Evergreen Gardens ist einfach normal. So komisch. Versteht ihr? Deswegen, weiß ich nicht. Finde ich das eigentlich so vielleicht besser. Dann ziehen wir da noch den Berg rüber. Dann brauchen wir auch die Hecken nicht platzieren. Oder? So. Sieht auch ein bisschen besser aus. Dann sind auch diese Wasserfälle so ein bisschen, sag ich mal, integriert. Sieht jetzt nicht ganz so out of place aus, würde ich sagen. Wenn wir dann da noch die eine oder anderen Bäumelein platzieren oder so und Büsche, dann sieht das doch gut aus. Erstmal werden wir auf jeden Fall einen eigenen Mechaniker platzieren, weil der ist nicht hier komplett allein auf weiter Flur. Da kann man eigentlich out of grid bauen, weil wir haben sonst hier einen Mechaniker, der müsste... Oh, der Mechaniker muss auf jeden Fall das Riesenrad auch noch mitnehmen. Okay. Dann machen wir einfach so. Dann ist unser Mechaniker erstmal hier getrappt. Er läuft einfach nur dieses Stück entlang. Und unser Mechaniker, der wo hier entlang geht, der hat natürlich die Attraktion, die Go-Karts, die Achterbahn und jetzt auch noch das Riesenrad. Perfekt. Gut, dass ich überlegt habe, mir den Eingang hier hin zu bauen und nicht da, sonst hätte er wieder hier außen rumlaufen müssen. Wäre ein unnötiger Weg gewesen. Unnötige Zeit, die verloren geht, wenn was kaputt geht. Ihr wisst ja, ich als mein eigener Mechaniker hier, der Alex, der hat ja hier so Probleme gehabt in der letzten Episode. Ein kurzer Schluck nochmal aus der Pulle. Wie sieht es aus? Seht die Stromschneiden schon wieder angekommen? Tatsächlich. Sind angekommen 4,43. Mittel. Mittel. Joach. Ist völlig okay, würde ich sagen. Jetzt brauchen wir einen Namen. Namen habe ich schon einen. Das wird wieder eine Palmensorte. Passt jetzt überhaupt was mit diesen Fichten und Tannen eigentlich gar nicht in so einen Wald rein. Aber die hört sich ganz gut an, finde ich. Renga. Tremula. Kleine Zuckerpalmenart. Zuckerrohrpalme. Weiß nicht, irgendwie was mit Zuckerpalme. Kleine Zuckerpalme. Irgendwie sowas habe ich mal gelesen. Aber es ist Renga. Weiß nicht. Hört sich irgendwie so, irgendwie nach Rapids an. Keine Ahnung. Nach so Stromschnellen. Irgendwie. Keine Ahnung. Und jetzt müssen wir nochmal die Zeiten gucken. Wir haben fast zwei Minuten. Also eigentlich haben wir 120 Sekunden. 120 Sekunden durch elf. Das heißt eigentlich wären wir bei neun Sekunden. Würde ich mal sagen. Würde ungefähr passen. Actionfotobereich. Kostet natürlich drei Euro. Wie gesagt, es kosten alle Modus immer gleich. Du kannst den Preis theoretisch auch ändern. Aber ich würde sagen, dass das passt. Aber was noch nicht passt, ist die Farbe von den Fahrzeugen. Ich hätte gesagt, wir machen die schon anders farbig. Aber nicht so knallig. Sondern eher gedeckt in diesen Bereich des Waldes hinein. Also grün. All shades of green hätte ich gesagt. Aber, aber, ich finde hier die Sitze zum Beispiel. Viele sind immer schwarz. Ich würde sagen, Umbra wäre natürlich so eine geile Farbe. Aber eher für Dschungel. Da wäre ich entweder für Sepia. Oder eher für dieses gesättigte Braun. Das gesättigte Braun finde ich, das kann man auch als eine Art nasses Leder oder sowas sehen. Wenn der versteht, was ich meine. Und diese Kunststoffsitze werden ja relativ schnell feucht. So. Und dann gehen wir erstmal auf Waldgrün. Und jetzt machen wir andere Farbe pro Boot. Also das erste Boot ist normales Grün. Dann nehmen wir gesättigtes Grün. Wie gesagt, wir gehen alle Grüntöne durch tatsächlich. Moosgrün. Dann Hellgrün. Das Hellgrün ist zu Neon. Nein? Okay. Hellgrün überspringen wir, Leute. Wir nehmen alle Grün. Nein, wir nehmen nicht alle Grün. Lindgrün, auch zu hell. Überspringen wir auch. Lalalala. Armegrün. Okay. Dann Nummer 6 ist Jagdgrün. Nummer 7 wird dunkles Oliv. 8 wird normales Oliv. Aha. 9 wird Honigmelone. Honigmelone. Und Nummer 10 wird Seladon. Und Nummer 11 wird, jetzt sind wir eigentlich im Grünbereich fast durch, würde ich sagen, hier Meerschaumgrün oder Dunkelgrün. Immer noch Dunkelgrün. Perfekt. So. Jetzt haben wir hier alle Shades, 11 Shades of Green sozusagen. Dann ist das so ein bisschen gekamouflasht. Gekamouflasht. Und dann müssen wir natürlich jetzt auf jeden Fall den Weg hier öffnen. Und einmal zack. Jetzt könnt ihr hier entlang gehen. Die können hier entlang gehen. Und ich hätte auf jeden Fall gesagt, dass wir hier hinten in die Ecke definitiv einen Informationskiosk reinsetzen. Wobei, nein. Nein, wir setzen den Informationskiosk woanders hin. Und zwar hier. Weil es geht hier noch ein dritter Weg dann ab. Oder wir setzen ihn hier rein. Weil dann hast du von drei Seiten, wo die Leute sich bedienen können, fahrmann hier rein. Und wie kann es anders sein? Diese Schirme werden natürlich dann... Wo haben wir denn das gerade gehabt? Dunkelgrün? Meerschaumgrün? Wir nehmen das Dunkelgrün. Oder nehmen wir das Meerschaumgrün. Oder das Seladon. Seladon nehmen wir. Interessante Farbe. Habe ich noch nicht gehört, den Namen. Sieht aber gut aus. Noch nicht gehört. Sieht aber gut aus. Wird genommen. So. Dann haben wir da so schon eine Information. Dann hätte ich gesagt, wir nehmen... Wir haben ja hier... Wo haben wir sie denn? Hier in der Toilette? Hier. Dann würde ich sagen, können wir da hinten durchaus, wenn dann eine setzen. Ich hätte gesagt, wir setzen die einfach hier. Genau, knallhart an die Ecke. So. Und dann in dem Wegbereich, hier hinten entlang, weil ja irgendwo hier noch die eine Schienenbahn, die Station reinkommt, können wir auf jeden Fall den einen oder anderen Stand setzen. Einmal Burgerladen rein. Dann nochmal was zu trinken. So. Lassen wir uns nicht lumpen. Wir heben darauf einen Humpen. Also natürlich ohne Alkohol. Ist ja klar. Wir sind im Vergnügungspark. So. Und nochmal ein Eis. Hier in Mittig. So. Und dann kann man hier einmal den Aus- und einmal den Eingang von der einen Schienenbahn später irgendwann mal noch setzen. So. Auch das Eis werden wir in diesem tollen... Na, wo ist er denn? Wo ist diese tolle Farbe, die ich jetzt da... Hier, Seladon. Jawohl. Setzen. So. Dann haben wir halt wieder alles abgedeckt. Sag ich mal, Süßigkeit, was zu essen und was zu trinken. Einmal Toilette-Information. Dann brauchen wir natürlich noch Merchandise. Natürlich. Merchandise setzen wir direkt am Ausgang nochmal ran. Denn da sind die Gäste am ehesten bereit, dann auch was dafür zu bezahlen. Den Ballonstand würde ich dann hier hinsetzen. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich überlegen, welche Farbe werden wohl die Ballons werden. Hm, genau. Seladon. Das ist das Thema. Das Thema dieser Folge Seladon. So. Da müssen wir aber auf jeden Fall den Stand covern, damit das ein bisschen... Aber jetzt mit dem Rot-Gelb... Das kannst du nicht umfärben. Das sieht zu heftig aus. Wir werden auch tatsächlich hier diese Gebäude ein bisschen einbauen. Damit die einfach ein bisschen mehr gecovert sind. Ja, ist ja gut. Also wenn er mich lässt. Ab und zu lässt er mich nicht. So. Ich will aber... Lass mich doch. So. Hier machen wir auf jeden Fall auch schön hier wunderbar rein. So, damit die hier durch die Gegend latschen. Wir kriegen also sozusagen eigentlich in der Q dann gar nicht so viel mit. So. Ist aber okay so. Finde ich. So. Genau. Dann machen wir auf jeden Fall für das Wasser... Müssen wir es auf jeden Fall auch setzen. Das geht aber auch, Gott sei Dank. So. Sieht natürlich jetzt ein bisschen deppert vielleicht aus. Wir machen es einfach mal so. Also großzügiger sozusagen. Ich wollte jetzt nicht die komplette Strecke entlang gehen. Das finde ich ist vielleicht ein bisschen deppert. Deswegen mache ich es einfach so. Dann ist dieser Bereich sozusagen ein bisschen abgeschirmt. Dann sieht das so aus, als könnte man hier... Würde hier irgendwelche Barrieren sein. Für unsere Stromschnellen. Ja. Damit das einfach so ein bisschen... Eingefangen ist. Normalerweise müsste man sowas in der Art wie hier eigentlich auch mal... Egal. So. Dann... Halt. Die Leute können da noch gar nicht rüber gehen. Ich habe hier einen Weg vergessen. Äh. Ich habe hier einen Weg vergessen. Ich habe hier einen Weg vergessen. Was habe ich denn da gemacht? Der ist jetzt einfach hinten rumgelaufen, ne? So. Dann können wir hier aufmachen. Für den Arengar... Wie ist er? Wer ist er? Tremula. Tremula. Arengar Tremula. Wir müssen natürlich aber jetzt hier noch auf jeden Fall... Was zum Hinsetzen machen. Weil unsere Leute sollen ja auch noch sich hinhocken. Können. So. Das wäre natürlich jetzt zu viele... Dinger. Zu viele Bänke. So. Und hier machen wir auf jeden Fall die Springbrunnen hin. Das fägt natürlich jetzt nicht diese Tatsache, dass du hier... So Wasser rausschießen kannst. Ja. Das ist mir klar. Aber so ein bisschen zumindest... Ähm. Kann man es einfangen. So. Mülleimer brauchen wir auch. Mülleimer brauchen wir auch. Mülleimer brauchen wir auch. Mülleimer brauchen wir auch hier. Und auch hier. Und da. Und hier noch ein bisschen was. So bitteschön. Da hat natürlich so ein bisschen krasser, harter Cut drin. Von dem Untergrund her. Aber egal. So. Mal schauen wie viele Leute dann gleich hier sich anstellen. Weil ich denke mal das könnte auch eine... Tolle Attraktion sein. Wo richtig viel Gäste reingehen wollen werden. Und... Jetzt muss man natürlich noch den... ...Pügel ein bisschen... ...Bügel ein bisschen... ...verschnörkeln. So. So. Auch hier. Einfach mal wieder. Ihr wisst... ...anfangen. Den Rest kann ich dann offline vom Virus machen. Aber ich möchte euch an der Idee... ...teilhaben lassen. Ich möchte ja nicht, dass es dann immer heißt so... Da hat er wieder offline alles gemacht. Und dann kriegen wir ja gar nicht mit. Das möchte ich auch nicht. So gewisse Ideen... ...Überlegungen mache ich dann kurz halt eben offline. Aber an der Umsetzung... ...möchte ich eigentlich an vielen Sachen... ...euch natürlich beteiligt... ...haben. So. Also das könnte ich ja auch gleich... ...nur offline bauen... ...und einfach euch das Endergebnis zeigen. Das kann man vielleicht dann mal... ...später irgendwann mal machen. Ich habe ja... ...früher auch... ...schon bei RCT... ...einzelne Achterbahnen und so weiter gebaut... ...mit Teaming... ...Stationen und so. Und... ...das kann man dann in einem... ...separaten... ...ähm... ...na... ...Landscaping... ...einfach mal... ...bauen... ...und dann kann ich euch mal ein bisschen... ...meinen alten Entwürfen oder sowas teilhaben lassen... ...wenn die Szenen aus mir abgearbeitet sind. So. Seht das Schade, das ist schon wieder ausgefallen. Mhm. Ist aber schlimm. Nicht gut. So. Und zwar... ...pass auf... ...wie gesagt, hier ist ja dieses komische... ...Deko-Dönse gewesen. Jetzt hatte ich mir überlegt gehabt... ...dass man das ja auch irgendwie... ...hier vorne... ...reinsetzen könnte. Mit dem Anfang hier gesetzt... ...und hier. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5... ...Felder. Das ist also ungerade. Das ist... ...was ja gut ist. Weil... ...dann könnte man... ...2, 3, 4, 5er Feld... ...gelle? So. Und... ...dann geht das auch tatsächlich hier auf. Neue Attraktion. Was kriegen wir? Der Aussichtsturm. Ja, wunderprächtig. Der wird aber erst... ...in der nächsten Folge dann... ...gesetzt werden. Dann gehe ich mal auf... ...auf... ...Achterbahnen... ...mhm... ...ne... ...gemäßigte Attraktion... ...noch mal... ...gemäßigte Attraktion. Und zwar... ...hier machen wir also sozusagen... ...dieses... ...Deko... ...Busch... ...Baum... ...Gedönse wieder hin. Aber in der Mitte kommt dieser... ...Springbrunnen wieder rein. Jetzt sieht das aber dann... ...ein bisschen langweilig aus. Also habe ich mir überlegt... ...wir könnten das doch so machen. Passt auf. Machen wir hier in die Mitte. Setzen wir das so rein. Dann nehmen wir den Springbrunnen. Beziehungsweise... ...erst mal... ...das da so. Und dann den Springbrunnen oben drauf. So richtig schön nach oben gesetzt. Und ja, dieses römische Protest. Wahrscheinlich hätte ich sogar jetzt... ...sehe ich gerade wahrscheinlich... ...die Innenvariante nehmen müssen... ...damit das Grün nicht durchglitscht. Von weiter weg sieht man es nicht. Aber wenn man nah herangeht... ...da sieht man das... ...die grünen Pixel durch. So. Und... ...das wäre mir aber auch zu langweilig. Dann habe ich mir überlegt gehabt... ...komm, wir könnten doch... ...pass auf... ...hier noch diese Statuen benutzen. Römische Statuen passen nicht. Aber wer sagt denn was... ...dass wir keine Pferde zum Beispiel setzen können. Oder? Dann setzen wir einfach hier... ...so... ...richtig schickes... ...Element gesetzt. So rein, ja. Man sieht aber den Springbrunnen trotzdem noch... ...weil der ja hoch genug ist. ...vom Wegesrand. Aus der Pixel-Gästeansicht. Und dann können wir hier diese runden Bäume... ...weil es waren ja runde Bäume... ...die setzen wir dann... ...so... ...so... ...und... ...halt immer zwei... ...runde nebeneinander... ...und dann wieder so einen... ...scharfkantiger... ...oder... ...was kann ich mal wie man den nennt... ...der ist ja jetzt eher dreieckig... ...der ist ja eher... ...rund... ...abgerundet... ...spitz... ...spitz abgerundet... ...ich weiß nicht... ...so... ...so und so... ...ja... ...und... ...den Blick aber auf das Pferd... ...möchte ich aber frei halten... ...damit die Leute sich das ja auch angucken können... ...sonst ist das ja irgendwie doof... ...wenn das hier von den Bäumen... ...du kannst du zwischen den Bäumen durchgucken... ...aber... ...wisst du was ich meine? ...so... ...das würde ich dann einfach offline... ...weiter ausschmücken... ...ja... ...ähm... ...damit das halt schönes ist... ...dann ist die Lücke hier auch gefüllt... ...ja... ...du hast hier was zum angucken... ...dann hier noch Parkbänke... ...kann sie hingucken... ...dann kannst du das Riesenrad anschauen... ...und dann... ...müsse ich auf jeden Fall noch später hier... ...Parkpfleger offline setzen... ...wenn ihr seht... ...wurde schon wieder hingekotzt... ...natürlich... ...und... ...den Topspin haben wir ja auch noch bekommen... ...und jetzt wie gesagt... ...den Aussichtsturm... ...wo ist er? ...wo ist er? ...wo ist er? ...wo ist er denn? ...da ist er ja... ...da ist er ja... ...den da... ...ich glaub der bietet sich eigentlich an... ...für hier... ...hier hinten schön den Aussichtsturm... ...dann kann man über den See gucken... ...weil wir haben nämlich ja hier... ...den Yucatis... ...den Freefall Tower... ...auf der einen Seite... ...und den Aussichtsturm... ...hät man dann hier auf der anderen Seite... ...ich glaub das wird doch ganz gut passen... ...und dann können wir hier langsam... ...um die Ecke hier... ...rum bauen... ...und den See komplett schließen... ...in den nächsten zwei Folgen... ...oder so... ...aber wie gesagt... ...das erst dann beim nächsten Mal... ...für dieses Mal würde ich sagen... ...wenn es euch gefallen hat... ...lasst doch gerne einen Daumen nach oben da... ...ihr wisst ein Däumchen wäre ein Träumchen... ...ein Abo wäre Babu... ...und bis zum nächsten Mal... ...bleibt gesund... ...macht's gut... ...tsau tschau... ...und bis zum nächsten Mal... ...und bis zum nächsten Mal... ...und bis zum nächsten Mal... ...und bis zum nächsten Mal...